... Sie kalt für ein Stolz und R2 und wenn Sie die Tonur Sie fragen, wenn Sie das E an E 4 3 3 und Sie compare es zu 8 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 14 15 16 16 15 17 16 17 20 22 23 Also da gibt es nie Parameter, sobald es überreicht das Hauptsache. In der Ethical-System, da kommt es nicht so. Normalerweise kann ich aber, ähm, hier, die Mission-Dialität ist, dass, in, in, in this setting, wenn, eigentlich in der Dominik, anybody talks to anybody, weißt du, und so, der Dominik ist, ähm, ne, verhalte ich wieder, wo ich das nicht connective left. Nein, in welchen 2 Levels, da ich die Chance kommt mit hier, ja? Man findet kein Correlation somewhere in a system, wir will, wirklich, generatet eine eine Korrelation in die die Eidigkeit-Generikung eröffnet, so in die Eigenlinikung, in die letzte Stelle gefahrt. Ist ja? Aber, wenn man sagen, wir neuro-Indikationssystem, im nur Brasil in the Box, dann haben wir, ähm, und, ähm, dann gibt es ein System, weil man, Menschen, nicht nur Dinge reden, sondern sind nicht viele, weil wir da den Form von Convenient King auswählen. Okay, auf die ich so in der Zwischenstelle in der Zwischenstelle reintensidir, wir hätten das ein Konzentriere, wo ich meine Geschichte mit dem So, in this correlation comes from here, we're going to, in other units, actually, sometimes we can find, like, the music-like data, so it's going to make it a mess with it. So, open units will go from minus 1, when all the levels are 0, while minus 1, because this number vanishes, if there's a increase in each other, we will not find that it. So, then we subtract this disconnect with everything, excuse me, minus 1, so, these are the best features. And in the, just to get this point, in the case of this, when we have a mirror from the general, you have no real carbon away effect going on and zero energy. You say it's just like, there's a certain tendency to cluster with zero energy, this is like, all these guys out there, it's less than pressure. And it's like, you mean that it's here, crushing back pressure to one whole thing. So, then it's just like, yeah, yeah. You're gonna need to be some fish. So. Then it's, let's send me, . Der Mann ist der Kontextkontroll-Eran meter, die der die Stand-Eran meter in der Veröffentlichung fängt. Es ist in einer der Konsequenz. Und dann dazu ist die Eurechtigkeit und die Eurechtigkeit der Veröffentlichung gerecht. Und dann dazu ist die Eurechtigkeit der Veröffentlichung. Ein solches Programm. Die Eurechtigkeit der Veröffentlichung nach dem Ergebnis der Eurechtigkeit kommt. Und dass die Eurechtigkeit der Veröffentlichung nicht in der Position. Oder keine neuen Mann. Und die Eurechtigkeit des Heliumnwahrzehntel-Halt verstanden wird. In diesem Sinne ist die Eurechtigkeit der Veröffentlichung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020